Willkommen zurück zu Let's Blick King's Bounty Warriors of the North im neuen Jahr 2013. Gott ist die Maus irgendwie, hab aber dick schnell, keine Ahnung warum. Wir sind letztes Mal stehen geblieben, wo wir den dritten Drachenzahn erhalten haben von Runolf und wollen jetzt auf jeden Fall in unser Heimathhof zurückkehren, um dort mit unserem Vater zu labern und mit Erich zu labern und überhaupt mit allen zu labern. Ja, würde man sagen, fangen wir mal an, damit wir ihre Drachenzähne da immer halten. Fangen wir mal mit Erich an. Vater, Brosaunt ist schon überall herum, also brauchst du mich nicht auch noch damit belästigen. Ich weiß bereits, dass du Ariman getötet hast. Gute Arbeit, Kind. Übrigens, schon lange vor deinem Sieg habe ich bereits Ariman besiegt, so wie Runolf und Vater ihn getötet hatten. Also ist deine kleine Tat eher ohne Bedeutung. Wie du es wünschst, Erik. Ich bin nicht gekommen, um zu prahlen, sondern um deine Drachenzahn zu holen. Der Wahrsager möchte, dass ich den Nekromant Ulladar töte. Mir soll es recht sein. Wenn du mit Ehre sterben willst, wer bin ich, dich aufzuhalten? Aber ich will etwas im Gegenzug dafür. Ich werde dir meinen Drachenzahn geben, wenn du mir 5 Ahnenbären, 15 Wölfe und 10 Wikinger bringst. Einverstanden? Was zum Teufel willst du mir deiner solchen Horde anstellen? Das geht dich nichts an. Du hast meine Bedingungen gehört. Bringe mir die Truppen und berührst deinen Zahn bekommen. Wenn du bei der Beschaffung dieser Horde versagst, bleibt der Zahn bei mir. Okay, okay. Ich werde für dich ein paar Bären aufscheuchen. Okay, also für ihn müssen wir anscheinend irgendwelche Truppen besorgen. Das ist jetzt eigentlich nicht wirklich ein Problem. Wir haben schon 8 Bären. Ich glaube 5 will er nur haben. Das ist gerade die Frage, was will er nun haben? 15 Wölfe und 10 Vikings. Vikings haben wir... Okay, momentan nur 8. Genau, da. Da fällt mir jetzt wieder ein, wo ich das letzte Mal stehen geblieben bin. Da habe ich die Truppen wieder auffrischt, habe mir aber nicht getraut, ins Dorf zu reisen. Weil ich nicht wusste, ob irgendwo ein Dialog oder sowas passiert. Und ihr dann eventuell was verpassen würdet. Von daher machen wir das einfach so. Füllen wir da einfach alles auf. Und ja, zu unserem Vater müssen wir sowieso auch noch... Wie wir mal leider nichts gefunden. Wir waren aber auch noch nicht wirklich bei dem Schiffsbruch oder bei der Stelle, wo er da mit dem Schiff irgendwo gekentert ist. Ist also schwierig da zu sagen. Ich weiß auch nicht genau, wo es ist. Ist es gesagt worden? Keine Ahnung. Wenn, dann habe ich es vergessen. Hör. So, mein lieber Vater. Na, was will er? Sei gegrüßt, mein Junge. Ich habe erst kürzlich Neuigkeiten erfahren, dass du im Kampf gegen Ariman siegreich warst. Ah, ich erinnere mich noch, als ich so alt war wie du. Ich benetzte mein Schwert mit seinem schwarzen Blut. Es ist eine Schande, dass man den ekelhaften Bastard nicht richtig umbringen kann. Und warum nicht? Brunov hat herausgefunden, dass Ariman eine Kreatur von Ulladar Maritarius ist, einem uralten Nekromant. Ulladar lebt in einer Höhle im Zentrum der Insel, welche von niemandem betreten werden kann. Tormund hört euch zu. Es ist Ulladar, der Ariman wiederbelebt und seine Seele kontrolliert. Tatsächlich kontrolliert er sogar alle Untoten auf unserer Insel, aber ich bin zuversichtlich, diesen Monster den Garaus zu machen. Dazu benötige ich jedoch Drachenzähne und zwar deinen und den von Erik, die ihr ebenfalls im Kampf gegen Ariman erhalten habt. Hm, ich frage mich. Egal, hier ist er, mein Drachenzahn. Erik musst du selbst fragen. Ich kann ihn nicht dazu zwingen, dir den Zahn zu geben. Immerhin hat auch er ihn in einem fairen Kampf erhalten. Ich danke dir, Vater. Okay, fein. Also, Zahn Nr. 4 haben wir. Zahn Nr. 5 ist eigentlich nicht die allzu große Herausforderung. Sofern es irgendwie passt. Ich verstehe nicht ganz, warum man uns den einfach gibt. Das ist ein ziemlicher Arsch, dieser Erik, wenn ich ganz ehrlich sein darf. Wäre nicht so, als wäre das wichtig, dass wir da irgendwie die Untoteninvasion stoppen. Na, na. Natürlich müssen wir ihm irgendwelche Random-Truppen geben, die absolut gar nichts bedeuten. So ein Schwachsinn. So, ich würde sagen, die Reise da jetzt nach oben, da die Einheiten zu kaufen, wieder zurück zu gehen, dürfte jetzt für euch nicht allzu spannend sein. Also, bis gleich. Und da sind wir wieder mit den Wölfen in unserem Gepäck. So, schauen wir mal, ob ihn das zufriedenstellt, da diesen Unsympath von Erik. Cooles Schwert hat er. Wie ich sehe, ist es dir gelungen. Wie günstig, dass mein Bruder sein Wort hält. Na gut, hier ist der Drachenzahn. Du weißt, wenn du gegen Rullata antretest, dann werde ich... Ich werde dich vermissen. Wo sonst werde ich so einen Einfallspinsel und weinerliches Baby finden? Ich wünsche dir ebenfalls alles Gute, Bruder. Endlich habt ihr alle fünf Drachenzähne eingesammelt, die für das Artefakt der Legende benötigt werden. Der Halskette von Jodor, dem legendären Drachentöter. Okay, hat sich das jetzt von selbst zusammengebaut? Ja, boah. Das ist einmal geil. Drei Angriff, zwei Verteidigung, eins Intelligenz, minus zehn Angriff von allen feindlichen Drachen. Was zum Teufel. Es gibt Sets, sehe ich da gerade. Dragon Hunter Set. What? Krass, also das hat es bei King's Bounty der Legend auf jeden Fall nicht gegeben. So Set-Gegenstände. Das würde ich mal sagen, ist ziemlich geil. So, jetzt haben wir plus eins Intelligenz. Aber die Intelligenz bleibt trotzdem auf null. Warum? Da gibt es für mich gerade überhaupt keinen Sinn. Man startet, glaube ich, nämlich mit eins. Dann haben wir jetzt da eins Minus. Dann sind wir auf null. Dann sind wir da eigentlich auf plus eins wieder. Warum sind wir weiterhin auf null? Leuchtet mir jetzt nicht ganz ein. So, der dämliche Saftsackhaus ist jetzt natürlich unsere Truppen abgezogen. Die Sau. Das heißt, wir werden jetzt hier einfach ganz schnell irgendwie nachkaufen. Und auch da würde ich sagen, das nehmen wir jetzt nicht wirklich mit auf. Wir sehen uns dann bei dieser Höhle, also ungefähr nachher da wieder. Bis gleich. Okay, also mit vollen Truppen. Werden wir uns jetzt dann in die Höhle stürzen des Necromancers und damit unsere erste gute Tat im Jahr 2013 beginnen. Yay. Okay, also. Hauen wir uns mal runter. Da waren wir, glaube ich, noch nie drin. Nö, da waren wir noch nicht drin. Als ihr durch die niederen Gewölbe der Höhle hinunter steigt, spürt ihr einen immer stärker werdenden Widerstand. Mit jedem Schritt wird das Voranschreiten schwieriger und schwieriger, aber ihr spürt ein warmes Licht, das aus der Halskette der Drachenzähne scheint. Plötzlich lässt die Macht, die euer Weiterkommen einschränkt, nach. Ihr hört eine sehr leise Stimme. Kommt, Meister. Der Weg für euch ist offen. Hm, werden wir da vielleicht sogar schon erwartet. Hm. Auf jeden Fall eine ganz normale Höhle, mal magische Kristalle, dann Banner. Banner ist nie schlecht. Man kriegt irgendwie verdammt wenig Leadership von diesen Bannern. Mir kommt vor, man hat, ich weiß nicht, ob es stimmt, aber mir kommt vor, dass man in The Legend wesentlich mehr Leadership kriegt hat für die Banner. Okay, da gibt es mal gar nichts. Gold. Ja, haben wir mittlerweile echt unendlich viel. Und es gibt ziemlich viele Truppen. Würde mal sagen, die ganzen Einheiten, da kennen wir aber eigentlich schon. Und diese schwachen Kämpfe brauche ich euch nicht wirklich zeigen. Okidoki, da haben wir mal die beiden Zombie-Truppen eliminiert. Feine Sache, kann ich jetzt noch ein paar Schätze aufheben, die da immer dumm liegen. Und man hat es, glaube ich, schon ganz knapp in der Kamera gesehen, den großen, großen Bösewicht, den Necromancer Ulladar Maritarius, der ziemlich schwach eingestuft wird. Der ist Level 10, was im Teufel. Und ein ziemlich krasser Magier, also Intelligenz 10. 100 Mana, der wird uns ganz schön einheizen. Hm, Spinnennester. Das ist die Frage. Ich meine, zur Sicherheit, die speichern natürlich immer ab. Sex Leadership, seriously. Ähm, könnten wir, wir könnten mittlerweile einen Berserker mehr in den Kampf mitnehmen. Und einen Wikinger mehr. Also falls irgendwie scheitern sollte an diesem Kampf, wissen wir mal, wir könnten unsere Truppe noch aufstocken. Ok. Dann schauen wir noch da kurz in die Seite. Und dann starten wir das ganze Gold ab. Und eine Magic Rune, ok. Spinnen gäbe es ja verdammt viel. Hm, gute Frage. Wie weit? Also da muss ich nur 7 Krämpfe gewinnen. Da nur mehr 3, wenn wir den Nächsten besser besiegen. Also nur mehr 2, da kriegen wir so bald wieder die nächsten Achievements. Und mit 6 Magierunen. Puh, puh, puh. Was wollt man da machen? Auf Glory wollt man auf jeden Fall gehen. Und dazu fehlen uns die Spirit Runes. Ok. Egal, also Ulladar, bring it on. I'm that bitch. Ha ha ha. Ich spüre den Geist der Lebenden. Wer wagt es, meine Privatsphäre zu stören? Ich bin Olaf, Sohn von König Torment the Fierce. Ha ha. Ein Wikinger. Wieso bist du hierher gekommen, Wikinger? Hat dir deine Wahrsage den Weg gezeigt? Ha. Es ist völlig egal. Du wirst diesen Ort nicht lebend verlassen, Olaf, Sohn von Torment. Aber sei versichert, du wirst diesen Ort verlassen. Und zwar tot. Du wirst Teil meiner unsterblichen Armee. Du meinst deiner verrottenden Armee? Das wird nie passieren, Zauberer. Angriff. Und auf geht's. Oh Gott. Was zum Teufel, wie viele Truppen. Wie viele unendlich viele Truppen. Warum hat der das Weg eingeschätzt? Dass er abortig viel krack in seinem Sortiment. Äh, okay, würde ich mal sagen. Range-Einheiten gehen wir ziemlich auf den Lern. Also da drüben will die Bogenschützen mal beenden. Im Nachkommst du immer ziemlich unschlagbar. Und mit unseren Wikinger und Rage-Typen, was ich sehe, das alles. Das ist ziemlich genial. Der Viking-Schlag war ziemlich gacke. Hm. Messen wir uns schon gegen die Spinnen? Dann baut man da noch ein bisschen ab. Eigentlich bringt's eh nix, oder? Wir müssen einfach voll rein. Aber gehen wir da, wir gehen voll aufs ganze Angriff. Was soll's? Auf geht's! Die Bitches. Okay, da haben wir schon mal einen verloren. Den können wir eventuell wiederbeleben. Äh. Oh Gott. Oh Gott, da muss ich ein bisschen Ordnung in den Kampf reinbringen. Da hat's mal die Geister auf der Seite entfernt. Die abartig viel ausheben. Und da hinten wieder die... ...kann hinzufüglichen Lokis-Touch benutzen. Natürlich nicht, weil alle Untote sind. Okay, dann schauen wir, dass wir hinten weiter die Bogenschützen reduzieren. Und okay, jetzt sind's nur sieben, also... Ach Gott, da sind auch nicht mal welche. Es sind nur 17. Oh Gott, der Hell. Oh, einen Zauber dabei. Ähm... Nix, was ich eigentlich irgendwie benutzen darf. Helplessness darf ich benutzen. Brauche ich jetzt aber momentan nicht. Bis bald, dann darf ich den zweiten Spinnenbatzen benutzen. Wäre vielleicht bei dem sogar schon klug gewesen. So, die sind irgendwie verlangsamt oder so. Jupp, die haben Slow oben. Deswegen können die sich so gut wie gar nicht bewegen. Dann geben wir sie in... ...in Verteidigungsstellung. Und die Bären dürfen nicht verteidigen. Wenn die rennen... Kommen die da hin? Jupp, die kommen da hin. Dann geben wir die. Machen die Defense, Rune und... ...fein. So, die erste halbe Bedrohung haben wir schon nochmal entfernt. Wunderbar. Freustens Kall. Was? Der tötet fünf Vikings bis zum Abgebild. Scheiß Magier. Die hast du ihn. Die sind so stark. Können ihren Zaubern. Und jetzt... Ich glaube, mein Moral ist komplett im Arsch. Irgendwie kommt nur mehr der Gegner dran. Äh... So, Viking Vortex wollen wir benutzen. Jetzt da treffen wir nur die Bogenschützen. Lohnt sich eher nicht, würde ich sagen. Eher da. Ja, macht uns da rein in die Spinnen. Wir bräuchten viel mehr Angriffe. Dieser Viking Vortex ist zwar ganz nett, aber allmählich. Können wir mal ein bisschen Verstärkung brauchen. Ah, da werden wir schön umzingelt von den Gegnern. Wirbelwind in your face. Okay, alle werden Count Attacken. Ein schöner Schaden. So, der Schneesturm war jetzt natürlich eigentlich auch ultra geil. Aber Töte-Truben wiegt gar nichts. Okay, dann würde ich sagen, macht uns lieber so. Schauen wir, dass wir da weiter in Bogenschützen reduzieren. Ich werde noch am Ende noch eine Heilung benutzen. Vielleicht kann ich nur ein oder zwei Truppen wiederbeleben. Schauen wir mal, was da noch möglich ist. So, die kommen... Die kommen aber weiter nicht ran. Die hätte vorgehen müssen, einen Schritt gibt's. Verpackt. Why? Außer benutzen Dispel. Und dann können sie sich normal bewegen. Okay, dann wütet rein. So, nehmen wir mal die Spinnen mit. Das sind eigentlich die größte Bedrohung irgendwie, oder? Da ist zu riskant, da töten wir eventuell keinen. Da war der Angriff nutzlos, weil die dann wieder regenerieren. Hauen wir uns die Spinnen. Kümmern wir uns um die Spinnen. So, ein Geistertrupp schon einmal eliminiert. Jetzt hoffen wir mal, dass er nicht wieder irgendeinen Mörder-Zauber benutzt. Was war denn das schon wieder, was? Scream hat er da benutzt. Also, nur den Schrei. Was ist denn das? Okay, da ist mal kein negativer Status drauf auf ihm. Okay, also die Truppe hat jetzt irgendwie Unglück. Also, es ist verdammt. Das heißt, steht, glaube ich, meiner Meinung nach ein bisschen ungünstig da. Das heißt, immer wenn sie jetzt getroffen werden, dann krasieren sie kritischen Schaden. Also, sie kriegen mördermäßig aufs Maul. Huh, ich glaube, das werden wir auch dispellen. Jetzt haben wir da noch einmal einen Schlag rein. Dadurch dürften jetzt da die Spinnen schon so gut wie weg sein. Das ist immer ganz gut. Und noch einmal ein Dispellen. Wir haben was dabei. Müssen wir doch benutzen. Wird sonst ein wenig zu riskant. Lack. Und, da tut man nichts. Da tut man einen. Da tut man sechs. Ja, für den will ich jetzt den Wurfminumen nicht verschwenden. Der ist schon fast tot, der Geist. Da ist mir so ein Dunkelzeichen ziemlich egal. So, Healing-mäßig. Schauen wir, dass wir da die Truppen noch retten. Dass wir da bei zehn bleiben. Ach, das heilt schon gar nichts. Oh, das hat jetzt einen Punkt heilt. Was zum Teufel? Warum nicht mehr? Ach so, na, einer ist wiederbelebt worden. Ah. Okay, also bleiben wir schön brav bei zehn. So, was machen wir jetzt? Das ist eine gute Frage. Verdammt. Wir können ja wieder einmal den Vampir da nicht töten. Wie viel Leben haben denn die? 154. Was geht ab? So, die sind weg. Allmählich dezimieren sich seine Truppen. Und er benutzt noch einmal dieses Doom. Das Schwein. So, jetzt muss ich doch schauen, dass ich irgendwie diesen Zweier-Vampir-Patzen auf jeden Fall noch eliminiere. Sonst werden die mir zu einer zu großen Bedrohung, weil sie vom Schaden her nachher nicht mehr wegkriegen werden. Da wäre jetzt natürlich so ein Rundum-Schlag extrem geil. Aber dazu muss ich vorher die Bären wegziehen. Und das ist aber sogar möglich, sehe ich gerade. Also, die sind alle nicht mehr im Zug. Das heißt, die Bären schicken sie zur Seite. Da hat er den Vortex-Strike rein. Oder Viking Vortex. Irgendwie. Keine Ahnung, wie es sich gelandet hat. Viking Vortex. Genau. Und dann prüge ich mit den Bären vielleicht noch da die Vampire weg. So, jetzt muss ich mich aber um die da kümmern. Habe ich gesagt, leider wird das kein Verserker. Komm schon. Doch, die überleben echt zu viel. Ich krieg's ja nimmer da. Was geht ab? Oh Mann. So, probieren wir mal einen Chief Bash. Und jetzt bitte. Bitte einen Militarum kriegen. Jawohl. Okay, ein Vampir mal weg. Sehr fein. Ey, krass. So, wenn wir ihn jetzt da ganz auf die Seite schicken. Aber seine Runde ist nun nicht vorbei. Nein, nein. Die Ancient Bears werden nur abgehen. Und zwar. Können sie irgendwas töten? Scheiß, können sie töten. Okay, attackiert es trotzdem. Regeneriert er voll oder nur ein Teil für seine Leben? Was für ein Kampf. Was für ein Kampf. Unsere Suf sehen wir natürlich noch im Rücken. So. Noch einmal mit dem Vortex. Und dadurch. Die haben sich komplett gehalten. Wirklich heftig. Das heißt, ich will jetzt die auf jeden Fall töten. Geht sich's aus? Bitte. Jawohl. Aha. So, jetzt alles noch auf den zweiten Vampir. Wenn die Vampire weg sind, würde ich sagen, na. Dann sind wir, glaube ich, halbwegs auf der sicheren Seite. Hauen wir denen jetzt mal Helplessness rein. Sie haben wenig reduzierten Armour haben. Und schaut es wieder knapp aus für die Runde. Wo ist der jetzt hingegen? Was hat der schon wieder drauf? Da hat's Furcht um. Was ist denn... Macht irgendwas. Oh Gott. Das geht sich nicht aus. Okay, die Bären können jetzt eventuell beenden den Job. Und dann bleiben wir eigentlich fein. Okay, jetzt bleiben wir eigentlich nur mal die Bogenschützen übrig. Da verheckt ich wieder viel. Also wir verlieren nahezu alles. Erik wird erstaunt sein. Aber wir werden nämlich gewinnen. Ha. So, und jetzt alles nach vorne ziehen. Da wird jetzt hoffentlich... Hoffentlich keine weitere Runde mehr. Das könnte jetzt noch den Tod einiger unserer Truppen bedeuten. Wenn er da noch einen Preußen Skull oder so rein hat. Tötet sechs. Tötet sechs. Tötet sechs. Yes. Ha. So gut. Wahnsinn. Eine Erfahrung. Level up. Wunderbar. Ein schöner Kampf. 90 Leadership und verdammt viele Runen. Maritarius verkörperte das unsagbare Böse und hatte das Verlangen, euer Volk zu zerstören. Euer Sieg über den finsteren Nekromant sichert euch für immer einen Platz in den Liedern von Skalden. Geht nun zu eurem Vater. Er wird sicherlich ein großes Fest feiern und euch als seinen Nachfolger bestimmen. Okidoki. Haben wir da eventuell die untote Belagerung jetzt irgendwie beendet? Und was genau ist denn dieser Schatztour denn? Hmm. All das werden wir im nächsten Part von Let's Play Kings Bounty Warriors of the North verfahren. Vielen Dank fürs Zusehen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao. Ciao.